Und damit hallo und herzlich willkommen YouTube zu Last Floor, ich glaube das ist richtig ausgesprochen. Ich begrüße euch mal wieder zu einer neuen Aufnahmesession am 5. Aprilos, Mollos. Ich hoffe ihr habt einen schönen April gehabt bis jetzt. Vorab möchte ich nochmal erwähnen, ihr könnt mich kostenlos abonnieren, kostet nix. Wie gesagt, kostenlos. Wer Bock hat, einfach den Abo-Button drücken, damit unsere Community ein bisschen wächst. Danke für den ganzen Support bei den letzten Folgen, die ihr rausgehauen habt. Und jetzt konzentrieren wir uns auf... Ah, ja Mama! Auf das Game, was uns zur Verfügung gestellt worden ist. Wow. Was bist du denn für einen hässlichen... Alles klar, muss los. So, mal gucken wir mal. So. Das? Was? Gestern hatte ich schreckliche Kopfschmerzen. Es ist eine Tasse. Och, ich dachte ein Flugzeug. Ich habe dieses Buch vor einer Woche gelesen. Okay. Oh, das ist mein Aschenbecher von letztem Monat. Und Laptop. Gucken, ob wir da irgendwas machen können. Die Musik fuckt ein bisschen ab, muss ich sagen. Der Akku ist schwach, das Laptop kann nicht eingeschaltet werden. Okay. Was steht hier? Gar nichts. Okay. Was steht da? Ich bin schon eine Stunde zu spät zur Arbeit. Okay. Hier scheinen wir anscheinend nichts mehr machen zu können. Wie gesagt, wird wieder irgend so ein kleines Minigame sein. Ich trinke besser Tee, bevor ich gehe. Okay. Hallo. Eine Batterie. Okay. Ist wieder so ein kleines Let's-Test. Ich habe, glaube ich, vorhin Let's Play wieder gesagt. Shit, der Hund war es drauf. Äh. Oh, was haben wir denn hier? Verbandskasten, Gurken. Die nehme ich auch. Da können wir nicht hin. Da können wir zwar hin, passiert aber nichts. Okay. So, Tasse Tee. Muss ich die erst mit Wasser voll machen? Weiß ich gar nicht. Ja, toll. Und jetzt? Ja, ja. Leute, wir denken einfach mal, da ist Wasser drin, okay? Ah! Bruder! Was ist denn mit ihr? Nicht in Ordnung? Okay. Nee, das ist mir zu crazy. Ich hau ab. Okay, jetzt ist auch die Tür hier auf. Hallo, Nachbarn. Hier ist eine Tee-Karte verrückt. Okay, da können wir anscheinend nichts machen. Unsere Aufgabe ist es, glaube ich, von Etage zu Etage zu kommen. Da kommen wir nicht durch. Ja, die Tür scheint verschossen zu sein. Du bist ja ganz schlau. Alter, was passiert hier in diesem Haus? Was passiert denn hier? Ah, okay. Den Schüssel müssen wir holen. Okay. Bierflasche. Geht nix. Zigaretten, Bier. Was ein Haus, Alter. Gucken wir mal. Bestimmt hier, oder? Jo. Ja, ja, der ist ja Alkoholiker. Cool. Wo ist das Essen, oder ist das Mario-Hahner? Alter, was ist das für eine Welt? Muss aber ganz gewaltig los. Gucken wir mal, ob wir hier noch irgendwas zum Mitnehmen haben. Nee. Okay. Oh, Nachbar, komm rein. Nee. Ja. 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 Gamanada. Okay. Wie schon gedacht, unsere Aufgabe ist es, aus dem Haus rauszukommen. Okay. Welche Etage sind wir eigentlich? Was steht denn hier? Was hat der gesagt? Egal. Okay. 13. Etage. Wir müssen also in die erste. Okay. Versuchen wir mal auf jeden Fall. Oh, jetzt ist die Musik weg. Pallen wurden hier aufgebaut. Okay. Äh! Alter! Gucken wir mal. Wenn müssen wir hier irgendwo hin? Nee, hier eindeutig nicht. Gut. 12 Etagen sind wir schon mal. Sehr schön. Gucken wir mal hier nochmal. Noch mal eine Batterie. Wofür brauchen wir die denn? Haben wir irgendwie Licht? Nee. Gut, hier geht auch nix. Zigaretten. Da ist die Tür auf. Oh oh. Oh oh. Ach du Scheiße. Ich muss mich, äh... Ich muss etwas finden, um mich zu wehren. Okay. War da gerade eine Tote in der Ballerei? Ah ja, Mama mia! Kann ich den benutzen? Jo. Geh. Okay, wir haben es geschafft. Okay, wir haben es geschafft. Jetzt würde ich einmal gucken, was ist mit der Dame? Oh, die haben sie aber beim, äh, erwischt, oder? Richtig geil. Was war da? Entschuldigung für ein, äh... War ein schönes Mädchen. Naja, die hat in der Wanne sich umgespielt und ist, äh... Ja. Verstorben anscheinend hier. Heilpacks sind gut. Ist das oben links unser Leben? Müssen wir uns mal heilen, ne? Ja, ist unser Leben, okay. Heilen wir uns direkt mal komplett voll. Gut. Hier ist auch nix mehr. Hier haben wir nochmal Flässerchen, Batterien. Ach du Scheiße. Ah! Okay, ich dachte gerade, ich fall runter. Das ist ja lustig gemacht. Alter, jetzt hab ich mir aber erschrocken. Sollen wir den irgendwie ausmachen? Okay. Ups! Ich glaube, wir brauchen... Du solltest es, äh... Abdecken, bevor es dich umringt. Okay. Gucken wir, ob wir gleich was finden. Heilung wäre gerade ganz gut. Baah, alter. Guck mal, Matschmaden. Äh, wie heißt die Kakerlaken? Äh, mit M. Heilung ist mal voll. Hier! Das decken wir da drüber. Perfekt. Ja, Mann! Ehre! Jetzt ist auch die Tür aufgegangen. Da gehen wir jetzt nochmal lang. Okay. Äh, welche Etage sind wir jetzt? Zehn, ne? Jetzt müssen wir in zehn... Ne, in elf. Okay. Etage elf. Wir gucken mal, ob wir... ...irgendwas mitnehmen können. Aber hier ist auch nix. What? Der Nachbar! Okay, da passiert nix. Oh, hier ist es mal dunkel. Hier sehe ich nix. Aber wir können jetzt auch schon direkt in die nächste Etage. Das ist auch nice. Guck nach unten. Ah, okay. Da geht's weiter. So, da haben wir ja schon mal wieder eine Etage geschafft. Sehr schön. Da haben wir nochmal was zum Heilen, dass wir benutzen wir auch direkt. Wofür sind die Batterien? Da muss ja irgendwo Licht sein. Ah, hier ist noch eine Batterie. Da auch noch eine. Aber hier blitzelt überall der Strom durch die Wand, so ein bisschen, ne? Ah, ja, ma! Woo! Also, ich habe mir gedacht, ich lasse die Kamera aus. Aber das wäre jetzt auf jeden Fall ein super Moment, glaube ich, für euch gewesen. Naja, egal. Wie gesagt, Spiele haben wir zum Testen bekommen. Ich spiele es jetzt einfach mal. Mal gucken, wie lange das geht. Ich habe keine Ahnung. Da ist auf jeden Fall was geplatzt. Noch eine Leiche? Ne, Gott sei Dank nicht. Ähm. Von da kamen wir, ne? Was? Ja, lauf doch. Ach, Mann, die erwischen mich so. Was ist das denn? Okay. Da muss ich jetzt erstmal kurz, äh, äh, wissen, wie das funktioniert. Wie kommen wir da weiter? Oh, deswegen ist die Musik wieder weg. Haben wir jetzt die Sachen alle oder sind die nicht gespeichert worden? Okay, da habe ich mich jetzt nicht mehr erschrocken. Okay, die Sachen sind alle noch hier. Äh, Badezimmer war nix, ne? Ne. Die Sachen hat er aber mitgenommen. Okay, wie soll denn das funktionieren? Kann ich die kaputt hauen? Was ist denn, wenn ich die Tür einmal zumache? Ändert sich nix. Da drüben müssen wir hin. Okay. Hier haben wir es schon mal reingeschafft. Wir müssen die nächste Tür nehmen. Ja, lass mich doch mal eben hier rein. Okay. Wir sind auf jeden Fall schon mal hier drin. Sehr schön. Hä? Die Wohnung steht auf dem Kopf. Alles klar. Muss los, Bruder. Wir brauchen aber jetzt mal irgendwie dringend Heilung gerade. Heilung wäre gut. Ob wir die finden, ist eine andere Frage. Nein! Und ich komme hier noch nicht mal raus. Oder doch? Doch, komme ich. Okay. Sehr schön. Sind wir in den Treppenhaus, ne? Ja, Mann. Kann man hier... Okay, kommen wir nicht rein. Gut, dann gehen wir mal in die Etage nach unten. Könnten wir sogar immer noch nach unten gehen. Das Schloss scheint kaputt zu sein. Da können wir sogar noch eine Etage runter. Nice. Haben wir hier auch noch irgendwas? Was? Okay. Ja, wow. Oh, warte mal. Ach so, da muss ich die Dings wegpacken. Ah, ja, 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 ja. Ah, ja, Mann. Hör doch mal auf mit dem Scheiß hier. Mein Gott. Oh, okay, der Fahrstuhl ist da. Aber wir gucken, wie gesagt, wir brauchen Heilung. Wir haben noch 23 Leben. Das ist überhaupt nicht gut. Reicht nicht. Okay, wir müssen mit dem Fahrstuhl runter. Ich glaube, mit dem Kinderwagen können wir nichts machen, ne? Mann, oh! Hör doch! Ich raste gleich komplett aus. Jetzt schwitze ich gleich. Äh, und jetzt? Okay, er fährt von alleine runter. Oh, mein Gott. Was ist das für ein Game? Hallo? Okay, wir müssen... Ist hier aber auch neu. Okay, das ist auch nicht... Oh, wer staubt, saugt denn? Alter! Was ist denn für ein Ding? Okay. Mal eben schnell hier gucken. Ich glaube, der kommt zurück. Und wir müssen genau in die andere Richtung, ne? Ja, Mann. Okay. Müssten wir warten, bis wir da drüben weiterkommen. War ich hier nicht in den Stromkasten? Doch. Heilung? Ja, Mann. Ah! Alter, haben wir Schwein gehabt. Eieieiei, der kam ja richtig zurückgeschossen. Oh, mein Gott, Alter. Ich schwitze, Leute. Ich baue die Batterie noch. Müssten wir eben warten, bis er gleich zurückkommt. Weil da die Tür, die brauchen wir. Die da hinten. Unheimlich. Ja, das Ding ist unheimlich. Hier ist alles unheimlich. Verdammt. Hier ist alles komplett unheimlich. Gut. Ach, du Scheiße. Was haben wir denn hier für einen Raum? Kann man hier die Tür zumachen? Nee. Okay, das ist ein Rätsel, oder was? Okay, versuchen wir mal hier. Versuchen wir mal erstmal hier weiterzukommen. Wir nehmen natürlich auch wieder alles mit. 1, 2, 3 Schlumpfschläge. Okay. Oder dreimal. Vielleicht dreimal das hier. Okay. Okay, das hieß das wohl. Okay. Kleine Rätsel zwischendurch sind auch mal was nett. Da kann man so ein bisschen sein Hirn trainieren in der Corona-Zeit. Finde ich gar nicht mal so verkehrt. Aufzug. Den könnte man wahrscheinlich wieder nehmen. Gut. Das Rätsel haben wir erledigt. Sehr schön. Dann, äh, als nächstes ist das hier. Reiße zu, Wand. Okay, was sollen wir hier machen? Blut vor der Wanne. Vielleicht uns in die Wanne setzen. Nee, passiert auch nichts. Die Tür ist verschlossen. Matriona nicht. Ah. Nee. Matriona nicht. Okay, Radio anmachen. Sehr schön. Secret. Dann, das nächste. Was denn? Ah! Mann! Sauber. Wir haben eine Axt, Leute. Jetzt wird hier gemetzelt. Okay. Weiter geht's. Wir haben eine Tür hinten. Wir haben 15% Leben, aber keine Heilung mehr. Das ist schlecht. Äh, so. Dann, ähm. Gucken wir mal hier. Irgendwie Tabletten und Heilung. Ah. Batterie. Da können wir nicht weiter. Schade. Da können wir nicht weiter. Da ist auch was. Was ist das für ein krankes Haus, Alter? Achso, das war's mit den Blitzschlägen. Okay, nee. Dann können wir ja. Wir haben ja einen Schlüssel vorhin gefunden, ne? Dann können wir doch bestimmt hier aufschließen. Die Tür ist... Was? Öffnet sich nicht. Oder nochmal in dem Fahrstuhl. Acht Etagen sind wir? Nee. Vielleicht habe ich das auch gar nicht bestanden, das hier, oder? Nochmal. Nee, warte mal. Wir können ja nur... Nee, doch. Ah. Da ist noch eine Tür. Okay. Okay, sehr schön. Und weiter runter. Etage 7 haben wir jetzt, ne? Ja, Mann. Ehre. Alter. Haben wir hier noch irgendwas? Nein. Wie gesagt, Heilung, Leute. Heilung. Was? Ach, wieder eine Teekanne. Geh mal die Axt. Da sind mehrere. Eine haben wir zerstört. Pröseln, ha? Kaputt? Nee. Leute, ich habe keine Heilung. Macht sowas doch nicht. Ja, genau. Kaputt, ne? Okay. Alter, ich brauche Heilung. Um 15% leben noch. Was ist hier mit? Da ist drüben eine Tür auf. Sind wir von da gekommen? Nee. Wir sind aus dem Treppenhaus gekommen, ne? Ja. Okay. Wie gesagt, das interessiert mich hier alles gar nicht. Ich brauche Heilung. Mal hinter den Gandinen gucken, ist nix. Die Wohnung hat gar keinen Kühlschrank. Ja, schön. Keine Heilung, Leute. Wie sollen wir das denn machen? Okay, hier. Gut. Wir gehen langsam nach unten. Ah! Mann! Was? Okay. Okay, da passiert anscheinend nix mit. Oh, okay. Da darf ich nicht rein. Okay. Oh, nein. Aber da ist Heilung, habe ich gerade gesehen. Gehen wir nochmal hier gucken. Heilung. Sehr schön. Welche Taste muss ich drücken? M war das, ne? Genau. M-Taste. Was haben wir hier? Können wir nicht mitnehmen. Okay. Ich darf nicht da rein. Das ist klar. Das ist klar. Und ich springe trotzdem rein, weil ich irgendeine Taste gedrückt habe und der auf einmal nicht mehr schnell gelaufen ist. Hier, die Taste brauche ich. Aber wie gesagt, das Spiel wäre ganz chillig, aber die Musik ist einfach mega stressig. In meinen Augen. Leute, schreibt mir in den Kommentaren, was ihr zu der Musik sagt. So, Heilung genommen. Hier haben wir alles durch. Da haben wir auch nochmal eine Heilung. Die lassen wir aber, die nehmen wir jetzt noch nicht. Die brauchen wir vielleicht für ernsthafte Fälle. So wie jetzt zum Beispiel. Hier ist ein Schlüssel. Sehr schön. Da ist der Kinderwagen wieder. Den will ich gar nicht sehen. Gut, hier kann ich nichts machen. Jetzt geht es mit dem Schlüssel und 35 Leben noch zurück. Ach du Scheiße. Okay. Okay. Wieso bin ich... Okay, immerhin bin ich hier. Immerhin bin ich hier. Okay. Wieso bin ich denn jetzt verstorben? Wegen der Batterie oder was auf dem Boden. Das könnte schon sein, ne? Wenn ein Stromschlag kommt und in die Batterie geht, dann trifft die Batterie natürlich mich. Macht Sinn. Vielleicht muss ich dann erst hier hin. Okay. So war es wahrscheinlich richtig. Gut, Leute. Welche Etagen sind wir jetzt? Acht oder was? Da waren wir vorhin schon, ne? Gut, da müssen wir gleich raus. Machen wir auch gleich. Wir gucken erst mal, ob hier noch irgendwas ist. So wie hier eine Batterie. Gut. Weiter geht's. Da war auch noch was. Batterie. Zack. Weiter im Text. Nächste Tür. Okay. Welche Etagen sind wir denn jetzt? Das auch noch? Oh, zwei Batterien. Aber wofür brauchen wir die? Jetzt haben wir schon 30 Stück. Was? Vielleicht war ein Landhaus keine so schlechte Idee. Ja, das, äh, ja. Okay. Gehen wir aber vorhin noch mal erst ins Wohnzimmer gucken. Da haben wir nämlich, oh, guck mal. Oh, nice. Erst mal zumindest eine ballern. Die andere behalten wir erst mal. Gut, hier ist nix mehr. Was ist das? Oh, nein. Kaffee kann. Hey, wo? Wo, 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 wo? Da ist einer. Einer haben wir noch. Ja, jetzt kommen wieder diese scheiß Föhne. Ja, wo ist er? Warum haut er denn zwischen mich? Das ist ein bisschen buggy. Das ist ein bisschen buggy, habe ich das Gefühl. Hab da gemerkt. Na ja, boah, jetzt sieht die scheiße Musik wieder los. Soll ich die? Ich weiß nicht, ob ich die gleich mal ausmachen soll. Die nervt gerade ein bisschen. Und holen wir uns nochmal die Hypex. Wo waren die? Links, okay. Machen wir uns nochmal einmal voll. Hallo, Baby. So, weg mit den scheiß Kisten. Wartung. Okay. Einer haben wir noch. Wo? Ja, die ist soweit. Gehen wir gleich gucken. Wir gehen jetzt erst mal gucken. Ah, hier haben wir nämlich noch was zum Heilen. Sehr gut. So, Etage. Welche sind wir? Fünfte. Die fliegen ein bisschen bescheuert, ne? Okay, jetzt kommen die scheiß Gänger. Okay. Man lauft doch. Warum der schon wieder nicht läuft, da kommt schon wieder Ausrass dabei. Heilen. Geh mal. Was ist mit ihm? Vielleicht können wir auch ohne Ding Ding weiter. Ich weiß es nicht. Wissen die Leute, über was hier in deren Buden los ist? Batterie. Heilung. Batterie. Nice. Okay, wir werden anscheinend das eine Ding noch töten müssen. Die Frage ist, wie stark ist denn das? Oder kann ich hier schon raus? Ne. Was geht eigentlich? Was geht eigentlich? Oh, Ehre. Okay, das ist tot. Wir haben zwei Hypex. Einen nehmen wir. Irgendeine Tür ist aufgegangen. Ah, hier. Okay. Oh mein Gott, Alter. Ist das gestört, das Spiel. Die sind so dräht. Da können wir nicht durch. Ach, du Scheiße. Okay, alles klar. Als erstes müssen wir nach rechts, so wie es aussieht. Okay, das haben wir geschafft. Gar kein Problem. Easy go. Okay, das Gitter geht runter und wir können weiter. Hier ist nichts mehr, ne? Nein. Okay, haben wir. So. Haben wir. Perfekt. Ach, jetzt müssen wir wieder zurück. Okay. Okay. Alter, ja. So, da haben wir ein paar Gegenstände wieder. Nice. Halten wir uns auch direkt mal voll einmal. Was kommt denn jetzt? Oh Leute, wir kommen aber gut durch. Wir sind in Etage 3. Das ist schön. Äh, da müssen wir hin. Ich kann nicht weiter gehen. Warum nicht? Hier auch nicht. Was? Ich kann nicht laufen, Leute. Nur so ein Stück. Alles klar. Nur gestört hier anscheinend. Oh nein. Ja, gib her das Zeug. Wo ist sie? Einer. Zwei, drei. Was haben wir noch? Wie das? Ja. 93 leben noch. Das ist gut. Ja. Was? Noch eine? Gut. Gut. Ach, zwei von den Saugern. Oh, ne. Muss los. Aber es kam mal hin. Die waren nicht so schlecht. Oh, ne. Wie viel Heilung haben wir? Fünf Pakete noch. Wo ist der andere? Hörpia. Okay. Was? Ich muss irgendwo hin, wo ich Licht habe. Ich habe hier kein Licht. Jetzt. Jetzt sollte besser sein. Warum ahne ich, dass die Föne noch kommen? Ah ne, okay. Oh mein Gott. Was ist das für ein krankes Spiel? Was? Okay, jetzt bin ich wieder in der Küche gelandet. Warum? Ja, ich bin schon wieder so wie vorhin. Ich muss dreimal reinlaufen und dann komme ich da rein, oder? Ja, okay. So wie vorhin. So, Etage 2, oder? Haben wir es geschafft? Oh ja, ja, ja. Okay. Gut Ach du Scheiße Naja, wir haben immerhin Heilung Aber ich verstehe immer noch nicht, wofür wir die Batterien brauchen Das wird leider nicht erklärt Schade eigentlich Okay Aber wir haben jetzt irgendwie 45 Batterien 6 Heilpacks Gerade hatten wir ein paar mehr, ich habe jetzt nochmal einen genommen Warte mal Okay, warum haben sich die Dinger nicht bewegt Na egal Wir sind in der ersten Etage, Junge, er muss los Hallo Ah Blitz Wir scheinen im Keller zu sein, ne? Wenn der Strom Angeschaltet wird, werden die Türen im Haus Nicht kontrolliert, okay Auch hier sammeln wir nochmal Eine Batterie Ich ahne, dass jetzt Irgendwas kommt Aber wofür brauchen wir denn Den Strom Hör auf Danke Welcher Strom Ah hier Ist er jetzt an? Nein, so Ich konnte überleben und hier raus Oder auch doch nicht Ich denke es ist das Ende Ich habe keine Chance gegen diese Kreaturen Sie sind zu mächtig Herzlichen Glückwunsch, Sie haben das Spiel gewonnen Klicken Sie auf Escape, um das Menü aufzurufen So ihr Lieben Das war Last Floor Ich hoffe, dass es richtig ausgesprochen Ich weiß es nicht War ein kleines Let's Test von den Leuten zur Verfügung gestellt bekommen Schaut einfach mal rein, wenn ihr Bock habt, dass auch mal zu zocken ist Ein kleines Game Holt ein paar Trophäen für Steam Ähm, ich weiß gar nicht, was das kostet Habe ich mich jetzt nicht erkundigt Nett, dass ich sowas, wie gesagt Als kleiner Streamer zu Äh, Let's Player Streamer zur Verfügung gestellt bekomme Ähm, ich hoffe, euch hat dieses kleine Let's Play Äh, Let's Test mal gefallen Ein kleines, äh, Likechen Oder ein Dislikechen Oder sogar ein Abonnent Würde ich mich mega drüber freuen Ja, wenn ihr Bock habt Lasst mal ein bisschen Feedback auch in den Kommentaren Da würde mich natürlich sehr freuen Ich hoffe, euch hat die Folge Spaß gemacht Wir sehen uns im nächsten Projekt Oder im weiteren Let's Play Euer Bluti Danke fürs Zuschauen Bis dahin Ciao, Leute, 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 Leute Ciao, ciao